Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute, ich bin Lucida und wir sind hier in Surviving Mars unterwegs und es wird vielleicht eine kurze Folge oder eine mittelmäßig kurze Folge für Nerds. Ich versuche jetzt hier gerade nach den Streams alleine die Probleme nochmal hinzubekommen, weil sonst könnte es sein, dass wir im Stream einfach abkacken und dann müssen wir nochmal von vorne anfangen, das wäre ein bisschen schade. Ich versuche es jetzt alleine, wenn es klappt, dann lade ich es hoch und deswegen siehst du das jetzt, wenn es nicht klappt, dann werde ich es löschen und dann muss ich was anderes ausdenken. Ja, wir werden sehen. Also mal kurz als Übersicht, was hier los ist. Ich habe eine große oder eine hohe Schwierigkeit gewählt von 725%. Das ist höher, als ich jemals hatte und das Problem ist, oder das hauptsächliche Problem ist, dass ich nur einmal Kolonisten herholen kann. Die sind jetzt hier und das heißt, ich bin darauf angewiesen, dass aus diesen zwölf ursprünglichen Kolonisten alle anderen rausgehen. Also wir können keinen neuen mehr nachholen, die müssen sich gut vermehren, sonst stirbt die Kolonie an Altersfläche. Und das ist schon der zweite Versuch. Wir haben im letzten Stream nochmal neu laden müssen, weil genau das passiert ist. Sie sind an Altersfläche gestorben, haben sich nicht ausreichend vermehrt. Sie vermehren sich jetzt, aber das bedeutet, dass sie Hunger haben. Wir haben schon ein paar Leute an Hunger verloren. Es sind also Leute am Hunger gestorben und jetzt muss ich mal gucken, ob wir das noch hinbekommen. Das Problem ist, dass wir nicht genug Geld haben, um uns von der Erde ständig Nahrungsmittel zu holen, dass wir nicht genug Leute haben, hier alle Nahrungsgebäude zu besetzen. Und ja, das ist eigentlich das Problem. Wir haben zu wenig Leute und wir haben zu wenig Geld. Also mal gucken, ob wir das noch hinbekommen können. Jetzt gerade, im Moment sieht es gar nicht so wahnsinnig schlimm aus. Wir haben noch ein bisschen Reserve hier. Sieben Nahrungsmittel haben wir jetzt gerade. Und hier kommt immer ein bisschen was nach. Das Problem ist auch, dass wir keine Spezialisten haben. Ich habe bei der Auswahl der Kolonisten darauf geachtet, dass die vor allem sexy sind. Also eine hohe Geburtenrate wahrscheinlich möglich ist. Und das ist ja auch der Fall. Wir haben 17 Leute mittlerweile. Aber die haben halt nicht die richtige Spezialisierung. Das ist ein heftiger Malus. Falsche Arbeitsplatzspezialisierung. Minus 50 Leistung oder sowas. Deswegen kommt da leider nie so viel raus, wie es möglich wäre. Hier genauso. Wir haben zwar noch einen Biologen, aber der wird bald sterben. Arbeiterleistung 123. Was ist da los? Irgendwas ballert da. Klang nur so. Keine Ahnung. Ja, das sind so die Probleme, die die Kolonie hat. Also wir müssen gucken, dass wir irgendwie weitermachen und irgendwie das Ganze stabilisieren können. Die Rakete kommt gleich auf der Erde an. Wir haben ein bisschen Edelmetalle dabei. Das heißt, wir müssen dann so um die eine Milliarde haben. Da holen wir uns natürlich wieder was zu essen. Und wahrscheinlich, ähm, weiß ich nicht, haben wir uns hier was von diesen Materialien kaufen. Wir brauchen die immer. Ich weiß ja nicht genau. Man kann jetzt halt viele Fehler machen hier. Ich kann mir jetzt was zu essen kaufen und werde dann hinterher Probleme haben mit der Wartung, weil ich diese Teile nicht habe. Oder ich kaufe lieber die Teile und habe hinterher wieder Probleme mit dem Essen. Das Problem ist auch, dass die Leute jetzt alle hier im Essen eingesetzt sind. Und nicht im... Aha. Und nicht hier im Edelmetallextraktor, durch den ich hier wieder neues Geld bekommen würde. So. Ja gut. Also jetzt ist die Rakete angekommen. Was war jetzt hier? Achso, das Ziel des Videos ist, dass wir das stabilisieren, wie gesagt. Und dass wir dann im Stream von dort aus weiter machen können. Ohne dass ich daran denken muss, dass das Ganze gleich kaputt gehen könnte. Ja. Ja, das ist also wirklich kein Let's Play, das ihr euch antun müsst und zu wissen, was passiert ist. Nur wenn ihr gerne sehen wollt, wie ich hier versuche, das zu fixen, dann ist das was für euch. Genau, liebe Leute. So, und mal was. Wir haben es. Arbeitslose! Nein, das kann doch nicht wahr sein. Echt? Ist das so? Ist das der Hammer? Tatsächlich? Zufrieden sind sie. Wir haben einen Komfort von 71. Das ist der Hammer, ey. Das ist ja echt der Hammer. Dann würde ich sagen, machen wir den Edelmetallextraktor doch wieder auf. Dann sollen da zwei Leute arbeiten. Das ist besser als nix. Ja. Oh, jetzt kostet das wieder Maschinen. Das darf nicht wahr sein. Gut. Ah, das werden sie machen. Das werden sie reparieren. Und das hat jetzt Leute eingesetzt. Sogar eine Geologin. Ausgezeichnet. Produktion pro Soll 1,5. Das ist natürlich eigentlich nix. Das sind Peanuts. Was sagt die Forschung? Fortschrittliche Mars-Triebwerk. Oh, das ist sehr wichtig. Das für den Pilzen machen wir ja wieder weg. Neues Gebäude. Pilzfarm. Nahrungproduzieren des Gebäudes außerhalb der Kuppel. Das lasse ich weg. Ich hoffe halt, dass wir nach diesem Live-Format, was für uns komplett unwichtig ist, dass wir danach eine Forschung bekommen, durch die wir Geld wiederbekommen. Das würde uns weiterhelfen. Für den Moment. Und was wir jetzt vielleicht brauchen, das wäre so vielleicht die nächste Idee. Wir sind 17 Leute. Wir haben einen Wohnplatz. Wohnplatzmäßig sind wir, wir haben ja noch elf Plätze frei. Das reicht eigentlich. Das reicht eigentlich, oder? Aber es ist halt so, je mehr Leute wir bekommen, desto mehr wir wollen auch wieder essen. Moment mal. Er ist nicht klüger. Ja komm, das ist wirklich nur, das ist nur auf dem hohlen Zahn hier. Das bringt eigentlich nichts. Vielleicht ist das für die Leute statt Essen, die wir hier in das Essensgebäude einsetzen. Das habe ich ausgeschaltet. Ja, wenn wir davon ausgehen wollen, dass wir mehr Leute bekommen, das war nachts, oder? Müssen wir das besetzen, weil wir brauchen einfach das Essen, solange wir diese Farben noch nicht haben. Ja, wir versuchen es ohne das Geld. Wir setzen die Leute dann eben hier ein. Schalten das ein. Das ist halt jetzt auch wieder ein Geologe und da wird nicht viel bei rumkommen, aber wir brauchen halt einfach das Essen. Gut. Gucken wir mal kurz, was eine neue Kuppel kosten würde. Wir werden nämlich in nicht allzu langer Zeit eine brauchen. Wegen Platzproblemen irgendwann. Zeit ist natürlich schon noch, aber wir werden trotzdem irgendwann eine brauchen. Und wir gucken mal, was das kostet. Geld ist knapp. Zehn Polymere, das ist das Problem. Gut. Also wir werden jetzt die Rakete mal beladen. Frachtrakete. Oh Gott, wir haben nicht viel Geld. Gut. 110 Millionen haben wir noch. Das reicht für ordentlich Essen. Das sieht gar nicht so schlecht aus. 15 elektronische Geräte ist vielleicht ein bisschen viel, mal lieber Polymere noch rein. Die Maschinenteile. Davon brauchen halt viele. Ja, ich denke, das sieht gar nicht so schlecht aus. Brauchen wir sonst irgendwas ganz dringend? Ich glaube nicht. Ich würde sagen, das sieht erst mal gut aus. Wir starten. Ja. Okay, wunderbar. Das sieht jetzt gar nicht so, so schlimm aus. So ganz schlimm sieht es nicht aus. Jetzt wünsche ich mir noch Anomalien. Gibt es nicht. Haben wir nicht. Damit wir mit der Forschung schneller vorankommen. Gibt es nicht. Ja gut. Also ich mache mir gerade diese wahnsinnig schlimme Sorgen. Hier steht nicht 0, wie im letzten Stream immer. Hier steht immer ein 7. Das heißt, die werden nicht sofort sterben. Gut, machen wir wieder schneller. Das soll ja halbwegs vorangehen hier. Los! Bekommt Kinder! Sofort! Mehr Kinder! Ich bin gerade optimistisch. Es könnte uns gelingen, dass wir das auch schaffen. Und sobald die Gruppe gut besetzt ist, kann man dann halt auch wieder das hier voll machen. Aber dann wird es halt auch wieder blöd, weil wir brauchen bald auch eine Universität, weil wir einfach keine Spezialisten hier haben. Die Kinder gehen ja auch nicht mehr in die Schule. Die gehen auf den Spielplatz, da lernen sie ein paar Stärken und sowas, bekommen sie dann. Aber sie werden ja nicht so Spezialisten. Das ist schon wichtig. Ich glaube, wir werden auch noch einen Wasserturm bauen. Safety first, liebe Leute. Man kann nicht genug davon haben. Da ein hin und ein Sauerstoffteil auch noch. Sauerstofftank. Was auch noch auf diese Seite. Das ist zu weit von einem funktionierenden Drohnenkommandant. Oh! Oh! Was war da gerade? Und da kriegt der keine Luft, oder? Da kriegt der keine Luft ab. Nein! Da geht es nicht hin. Komm, wir machen das mal dahin. Ich weiß nicht, ob der Strom braucht. Wir machen das jetzt mal dahin. So, keine Ressourcen. Scheiße. Nahrungsproduktion 1, Nahrungsproduktion 1, Nahrungsproduktion braucht 4. Aber das sagt nicht viel aus, weil es nur einen Tag abbildet. Und viele von diesen Gebäuden hier, die brauchen ja viel, viel länger. Hier, 5,5 kommt da am Ende bei raus. Von einer optimalen Ernte von 12, weil die einfach alle nicht geeignet sind. So ein Mist. Das heißt, wir brauchen gerade einfach viel zu viele Menschen, die für Essen eingesetzt sind. Es wäre so viel einfacher, wenn wir Biologen hätten. Traurig. Aber gut. Es ist, wie es ist. Los, Kinder, los! Muss nicht wahr sein. Komfort ist wirklich hoch genug. 70. Wir brauchen bloß 55. Oh, Moment mal. Wieso haben wir denn so wenig Wasser? Oh! Vielleicht ist das da hinten kompott. Nee, ist es nicht. Wasserbedarf 3,8. Ach so. Vielleicht, weil wir jetzt gerade noch weitere Pflanzen nutzen. Wir haben ja gerade noch weitere Pflanzen eingebaut. Nachts, oder? Ja, nachts. Strom ist knapp, aber das reicht. Gut, dann würde ich sagen, nutzen wir mal diesen Transporter hier. Lass uns irgendwas hin und her transportieren. Zum Beispiel Beton. Komm mal her. Verlass den jetzt, wenn man so lange nichts anderes zu tun hat. Ihr müsst so ein Beton durch die Gegend fahren. Boah, das klang gerade nicht gut. Fahren Sie! Gut, was noch? Immer noch minus 2. Wir produzieren 2? Oh! Der muss repariert werden mit einem Maschinenteil. Blöd. Na gut, wir holen das mal. Lassen wir den hier mal aufladen. Laden Sie! Dann holen wir hier das Maschinenteil ab. Gut, das dauert es halt eine Weile. Das ist eine ganze Weile unterwegs. Da fährt er gerade. Dann holt er das ab und wird das reparieren. Das wäre vielleicht nicht schlecht, wenn wir da ein paar lagern würden, so ein paar Maschinenteil. Aber ich merke mittlerweile, wir brauchen viele Maschinenteile allein für die Wartung. Und das ist mittlerweile wirklich viel. Ich bin ein bisschen besorgt. Wir sind auch weit davon entfernt, irgendwie selber Maschinenteile herzustellen. So, jetzt hat er das. Komm mit. Und reparieren Sie das. Okay, na gut. Hier fehlt komplett Metall. Ach du Scheiße. Das heißt, wenn irgendwas kaputt geht. Oh, so wie hier. Da fehlt auch Polymer. Oh nein. Und das ist gerade bei einem Akku. Wir müssen hier leider ein bisschen umverteilen, dass da auch Sachen rumliegen. Den schnappen wir jetzt. Und holen ihn ab von seiner Rute. Stopp! Wir holen uns hier mal ein bisschen. Leider ein bisschen was an Zeug. Was noch? Und Metalle. Das war's. So. Hol die Metalle. Voll machen. Besser einmal voll. Dann haben die genug da hinten rumliegen. Ah ja, deswegen funktioniert die ganze Solarkollektor auch nicht. Ich trottel. Sprit haben wir genügend. Das ist gut. So, dann laden sie mal ab. Alles. Ja! So, das Ding machen wir mal aus. Das brauchen wir gerade nicht. Das sparen wir uns. Das verschiedene Teil. Wir haben genug Beton. Fahrt schlägt durch Mars-Triebwerk. Sehr gut. Das heißt, die Rakete braucht jetzt bloß auf 35 Sprit und sonst nichts mehr. Nicht mehr 50 wie bisher. Aber das hilft uns hier leider nicht weiter, was wir jetzt hier machen können. Polymerfabrik ist sowas von out jetzt gerade. Jetzt mal live von Mars. Maschinenteilfabrik. Genauso scheiße. Das brauchen wir jetzt gerade nicht. Ich würde nicht Zeug forschen, was wir einfach nicht brauchen. Ja, super. Gut, dann lassen wir das. Danach machen wir dann hier dieses, hoffentlich diese Geldforschung. Ich meine, wir haben gerade keine Staubwirbel mehr oder sowas. Ja, okay. In Servicegebäuden aufgebaut 13. Also, das sieht gar nicht so schlecht aus jetzt. Gerade mit dem Essen. Ja. Na gut. Ich glaube, dann stellen wir ja auch mal um auf das etwas effizientere Blätterzeuges da. Das dauert zwar länger, bis es rauskommt, aber es kommt eben auch mehr dabei raus. Kinder. Sehr gut. Wir haben wieder 18 Menschen. Ausgezeigt. Vielleicht bekommen wir das irgendwie hin. Ich glaube, wenn wir erstmal ein oder zwei stabile Kuppeln haben, wo sich das einigermaßen in der Waage hält. Und sobald wir vor allem die Farmen haben, die für mehr Essen sorgen, sind wir safe, glaube ich. Eine Anwalt! Oh, das ist sehr gut. Das ist hervorragend. Komm her. Da kriegen wir Forschungsleistung. Der Kollege ist voll. Du sollst ausladen, du Trottel. Alles. Ja, jetzt stürzen sie sich drauf. Sehr gut. Alles leer? Ja, mit den Metallen sind sie, glaube ich, erstmal ganz zufrieden. Wir nehmen jetzt wieder Treibstoff auf, damit wir die Rakete gleich wieder betanken können. Ich glaube, wir können auch gerade eine Route machen. Der soll das einfach mal alles rüberholen. Treibstoff. Die Rakete kommt gleich an. Oh! Das war die Forschung, wunderbar. Live from Mars. Mehrbewerber. Oh, hier. Eine Geldforschung. Ausgezeichnet. Einmalig. Geldmittel in Höhe von eine Milliarde Dollar. Kostet tausend Punkte. Das hat da hier irgendwelche Physikssachen da geforscht. Das darf nicht wahr sein. Das interessiert mich überhaupt nicht. Ich wünschte, wir würden hier bessere Sachen sehen. Ich glaube, ich muss in den sauren Apfel beißen und das Zeug halt forschen. Damit wir die besseren Forschung bekommen. Wir haben Beryl-Kristalle gefunden. Ich werde das jetzt nicht alles vorlesen. Ich verringere die Kosten von Physiktechnologien um 10%. Oh, das ist gut. Sehr schön. Manche muss ein bisschen Glück haben. Aha. 19 Leute. Ah, geil. Sehr gut. Freie Arbeitsplätze 1. Ja, das ist der hier. Der ist noch frei. Ich sehe nicht schwarz, liebe Leute. Ich glaube, das klappt. Drohnen sind überlastet. Ah, jetzt. Ja. Achso. Ich glaube, die sind gerade erst mal nur dabei. Ah, jetzt schnapp sie sich das Ding hier. Ich war erst mal nur dabei, die ganzen Solarpanels hier zu fixen. Die Rakete ist da. Sehr gut. Und da kommt das neue Essen. Oh, wir sind bei drei. Ach, du Scheiße. Also das Nahrungsmittelproblem ist dann nicht gelöst, liebe Leute. Gut, die werden jetzt gleich neu betanken. Und wir machen dann irgendeine schicke Mission auf dem Mars, in der wir viele Vorschusspunkte bekommen. Das ist schon schwierig mit nur einer Rakete, die noch extra lang fliegt. Und vor allem, dass wir keine Kolonisten nachholen können. Ich hätte schon längst eine zweite Fuhre besorgt mit lauter Spezialisten, die jetzt hier die Kuppel voll gemacht hätten. Dann hätten wir überhaupt keine Probleme mehr. Aber gut, wir werden sehen. Wenn es so weitergeht, dass die sich ganz gut fortpflanzen, kann man hier das Ding wieder aufmachen und dann bekommen wir auch regelmäßig Geld. Oh! Dieses Gebäude funktioniert nicht! Und wir haben kein Maschinenteil hier. Ja, Treibstoff brauchen wir auch vielleicht gerade im Moment nicht unbedingt. Wir haben noch 90 Stück, das heißt, knapp drei Flüge, also zwei Flüge gehen auf jeden Fall noch. Wir warten noch ein bisschen. Ich hoffe, ich verschätze mich nicht, weil wir werden irgendwann eine neue Kuppel brauchen und in der Kuppel müssen wir auch Gebäude aufbauen. Ich hoffe mal, ich verschätze mich nicht. Wann wir jetzt sehen. So, der wird getankt. Nahrung ist auch noch drin. Oh, ich glaube, der Nahrungsstapel ist voll. Wir brauchen ein eigenes Nahrungsdepot. Jetzt legen wir mal direkt neben die Kuppel. Dass die Drohnen es nicht so weiter haben, um die Leute zu versorgen. So, gut. Also, dann können wir jetzt eine Mission machen. Jetzt mal gucken. Neue Technologien. Da müssen wir acht Leute reinstecken. Nein, das ist zu teuer. Das haben wir nicht. Können wir uns nicht leisten. Ich will gar nicht wissen, wie schlecht ich da stehe im Vergleich zu den anderen. Forschungsfortschritt mit drei Offizieren. Haben wir nicht. Sechs beliebige Menschen für einen Durchbruch. Ach komm schon, muss ich jetzt echt Menschen einsetzen? Fünf Geologen. Hier, neun Drohnen. Das können wir machen. Neue Technologien. Das wäre aber auch ziemlich gut. Vielleicht machen wir beide. Machen wir erst mal diese hier. Dauert zwölf Stunden nur. Acht Leute sollen da... Oh, scheiße. Acht Leute. Scheiße. Acht Leute können wir uns eigentlich nicht leisten, dass die da mal reingehen. Ne, das kann man nicht machen. Sechs Leute. Durchbruch. Alles schöne Sachen, aber die helfen mir alle nicht. Ja, machen wir halt die neuen Drohnen. Aber diese Forschung, diese neuen Technologien, das wäre so gut. Ne, das können wir uns nicht leisten. Das geht nicht. In den zwölf Stunden würde, glaube ich, die ganze Kuppel zusammenbrechen. Wir haben Hunger. Wir wollen uns amüsieren. Was soll das? Tja, schade. Gut, aber das ist ja der Forschungsfortschritt. Das war eigentlich auch der Plan. Gut. Der wird gleich abheben und das machen. Dadurch, dass es jetzt auch nur 35 Sprit kostet, geht das auch noch. Und nicht 50. Das hätte mich zu Tode genervt, wenn wir so viel Sprit verbrauchen müssten extra. So, hier fehlt Metall. Wir haben überall Metalllager irgendwie. Die werden wir jetzt mal abgrasen. Wie viel liegt da? 39. Da liegt auch noch ein kleines bisschen was rum. Da haben wir auch noch was. Da müssen wir mal den Commander hinschicken, dass er das da... Uh. Dass er das mal alles einsammelt. Polymere! Das ist ja der Hammer. Aha! Aha! Okay, was haben wir hier? Erhört die Forschung durch den Sponsor um 100. Das ist auch nicht schlecht. Das heißt, wir forschen insgesamt schneller. Hier könnten wir mehr Strom herstellen. Aber sonst haben wir hier nicht wirklich was Neues. Ach, die verdammten Pilze sind schon fast fertig. Ja, dann machen wir die noch weiter. Das hier wäre wirklich nicht schlecht, dass wir schneller forschen. Gut. Liebe Leute, das wird irgendwie 4000 Forschungspunkte erhalten. Und der H-Heizung, auch so ein Mist. Wobei, vielleicht sollten wir das doch machen mit den acht Menschen, die dann halt einfach zwölf Stunden fehlen. Vielleicht geht's irgendwie. Hier fehlt uns doch der Aufzug. Ja, ich glaube, wir holen uns unseren Commander mal daher. Der steht zwar jetzt die ganze Zeit hier und passt auf, dass hier die Gesteinsabfälle überweg sind. Aber wir gehen mal eine Runde weg und lassen die mal alleine und müssen halt später wiederkommen. So, wir gehen mal dahin. Hier hin, um genau zu sein. Da ist nämlich auch das Polymer. Ja. Ein Arbeitsloser. Ist das wirklich so? Wie krass ist das? Ja, ist voll besetzt jetzt. Unfassbar. Dann machen wir das jetzt auf. Dann sollen die das nach und nach besetzen hier. Dann bekommen wir ein bisschen Edelmetalle und Geld. Das ist sehr gut. Ja, aber bevor wir keine Spezialisten bekommen, hilft uns das alles hier nicht weiter. Also wir müssen viel zu viel Aufwand betreiben, um Essen zu bekommen. Das ist sehr blöd. So. Rakete ist wieder da. Geisternd. Okay. Da ist sie. Der Transport erwacht gerade nichts. Der steht hier nur einfach rum. Achso, der hat, genau, der hat Petalle geladen. Aber ja. Ausladen. Der wird gerade wieder betankt. Das Ding ist kaputt. Kostet ein Eisen. Ja, das haben sie jetzt ja. Das haben sie jetzt wieder. Ich überlege, ob wir noch eine Planetenanomalie untersuchen sollen. Vielleicht doch. Mit den acht Leuten. Woher wir das machen? Wer hat neue Technologien? Da kommt man Sachen forschen, die uns wirklich was bringen. Ich lasse es. Wir kommen auch so irgendwann dahin. Vielleicht, hoffentlich, zu diesen neuen Sachen. Also, für diejenigen, die es vielleicht nicht wissen, es ist so, immer wenn ich hier eine Forschung mache, wird die nächste aufgedeckt. Das heißt, wir müssen erst die machen, damit ich an die da rankomme. Außer, ich mache diese neue Technologien entdecken. Planetenanomalie oder manchmal hat man auch Glück und dann kommt es halt einfach und dann werden hier ein paar aufgedeckt, die vorher nicht da waren. Hier zum Beispiel sind auch schon ein paar aufgedeckt, die vorher nicht da waren. Das heißt, ich kann dann aussuchen. Ich muss also nicht erst die hier forschen, um die hier zu bekommen, sondern ich kann die hier noch gar nicht sehen, bevor ich die nicht gemacht habe, normalerweise. Und jetzt kann ich es halt alle sehen. Ja, naja, gut. Aber ich gucke mal, ob wir hier nochmal so einen Forschungsfortschritt machen können. Hier, drei Offiziere, ja. Haben wir nicht. Durchbruch wäre schön. Das ist eine Spezialforschung, die in der Regel viel, viel bringt. Also sehr viel bringt. Richtig geil. Aber sechs Leute. Es ist halt Zufall, was dabei rauskommt. Es kann irgendwas sein, was uns wirklich weiterhilft. Es kann aber einfach nutzlos sein. Ja, Forschungsfortschritt haben wir jetzt gerade. Doch, nee, haben wir nicht. Mist! Ja. Das hilft uns nicht. Wir haben einfach null Offiziere. Gut, dann schicken wir sie nach Hause. Dann können wir neue Sachen kaufen hier. Wäre auch nicht schlecht. Also das werden wir auf jeden Fall auch wieder brauchen. Wir schicken sie nach Hause. Ja. Weg mit dir. Okay. Der hat nichts zu tun. Wir wollten irgendwo Sachen abholen. Hier. Metalle abholen. Äh. Da ist nur eine Drohne dabei. Ups. Müsst du denn nicht vier haben eigentlich? Dann nehmen wir doch mal von hier drüben welche weg. Da reichen bestimmt auch zwei Drohnen, oder? Wie ist denn da zugewiesen? Eine! Wie ist denn nur eine Drohne auch nur zugewiesen? Das gibt's doch nicht. Wie viele haben wir denn insgesamt? 20? 20? Toll. Toll. 50 neue Bewerber sind auf der Erde verfügbar. Wir haben halt. Können wir nicht nutzen. So. Low-G-Pilzen abgeschlossen. Das ist gut. Ich hoffe, dass wir jetzt die Farben bekommen. Nein! Das ist keine schlechte Forschung hier. Aber ich warte auf die verdammte Farm. Upgrade für Feuchtigkeitsvaboratoren. Wassererzeugung um 50 Prozent erhöht. Gut, dann machen wir das halt. Verdammt normal. Ah. Ja. Wo sind denn die ganzen Drohnen? Das ist zu glauben. Sind die alle hier zugew... Ne, wo ist es? Sind die alle hier zugewiesen? 18 Stück. Ja, das ist vielleicht ein bisschen viel. So, jetzt machen wir hier 13 Commander. Das geht zum Glück ganz einfach. Einfach, wenn wir hier auf Minus drücken, dann geht die Drohne sozusagen in den globalen Pool. Und dann können wir sie aus dem globalen Pool woanders zuweisen. Wir haben jetzt noch zwei, glaube ich, im globalen Pool drin. Und weisen die hier zu, dass da auch noch ein bisschen was mehr ist. Drei. Ja, das ist okay. Gut. Der Kollege ist voll. Hier wird so ein bisschen gearbeitet. Produktion pro Soll 1,8. Wunderbar. Vielleicht können wir uns so langsam doch erlauben, mal ein paar Leute für zwölf Stunden wegzuschicken. Jetzt haben wir allein hier schon zwei, die wir nicht zwingend brauchen. Essensmäßig scheint es gerade zu halten. Oh, und wir müssen dafür sorgen, dass der Treibstoff wieder anläuft hier drüben. Ja, da fehlen uns die Maschinenteile hier. Ich würde sagen, das machen wir mit einer einzelnen Drohne. Ist zwar nicht nachhaltig, aber es hilft. Was hat denn so viel zu tun? Erstmal aufladen. So, jetzt holt ihr sich ein Maschinenteil. Genau, und wir schicken sie hier rüber. Gut. Dann wird wieder Treibstoff produziert. Wir haben jetzt gerade bloß noch die Möglichkeit, einen Flug zu starten. Die Rakete ist gerade sowieso nicht da. Ja, es sind jetzt 21 Menschen. Da wird es wahrscheinlich langsam Zeit, dass wir eine neue Kuppel bauen. Eine neue Kuppel kann man dann eben, sobald wir es haben, das Farmgebäude reinstellen. Auch Weltraumbar und Casino und all das können wir dann da reinmachen. Es wird wahrscheinlich langsam Zeit, dass wir einen anfangen zu bauen. Das blöde Problem ist halt nur, dass hier der Drohnenhabdicht hinreicht. Hatte eigentlich vorgesehen, dass ich hier später eine Kuppel hinbaue. Wäre vielleicht auch gar nicht so schlecht. Dann müsste das abreißen. Die Rakete ist ja eh nicht da. Weg damit! Und dann lassen wir die halt hier unten oder, keine Ahnung, da hinten irgendwo landen. Ja, dann müsste eigentlich auch das Treibstofflager woanders hin. Na gut, ähm... Landeplattform. Lassen wir die mal hier landen. Oh, oh. Oh, oh. Das wird die Leitung erwischen. Ja. Ersticken! Ersticken! Das ist scheiße, ein Leck haben wir jetzt hier. Wir haben dazu Glück vorgesorgt für solche Fälle. Das passiert ja immer wieder. Wir machen einfach die Leitung dicht und dann kann nichts mehr weglaufen. Eigentlich dürfen wir nichts mehr verlieren. Eigentlich ist alles zu. Äh. Ja, ist nicht so schlimm. Das passt schon. Also, Leck entdeckt es zwar, aber wir haben trotzdem... Das steht nicht hier. Also, es steht nicht, dass da irgendwas verschwindet. Also, es ist alles gut. Gut, dann müssen wir unseren Commander fragen. Die haben hier alles abgebaut. Oder? Oh, da ist noch Metall, aber das können sie nicht abbauen, weil da ist kein Lager. Gut, das machen sie aber nicht jetzt. Wir schicken den erst mal darüber, dass der das fixt. Wobei, nein! Komm! Das macht eine Drohne alleine, oder? Das wird schon gehen. Von hier drüben aus. Was sind die Kollegen denn alle? Ah, fuck! Das sind die Lecks, die gemeint sind. Okay. Die kommen hier auch dicht. Das ist doch ein Scheiß, ey. Ja, sie ist nicht für angeschlossen. Drei Drohnen haben eine Fehlfunktion. Das heißt, die können wir alle nicht benutzen. Ja, die stehen alle hin und haben keinen Saft mehr. Doch, du hast doch Saft. Nur die haben keinen Strom mehr, weil ich hier auch zugemacht habe. Das ist doch scheiße. Dann bist du ja wieder aufwahlend in Strom. Hat aber nicht genug Strom. Weil die alle kaputt sind. Okay, nee, die sind nicht kaputt. Ich kriege nur keinen Saftgrad, weil wir Nacht haben. Aber das müsste sich eigentlich gleich wieder erledigen. Stopp mal! Ich würde die eigentlich gerne aufladen erst. Was ist denn jetzt am wichtigsten? Kannst du das reparieren, kleiner Freund? Ich müsste die doch eigentlich alleine steuern können. Achso, die hat die Fehlfunktion, weil sie völlig verstaubt ist. Ah, scheiße. Das heißt, wir müssen hier eine weitere Drohne zuweisen. Geht gerade nicht, weil keiner hat keinen Strom. Also, das ist aber auch alles unmöglich. Alles auf einmal jetzt gerade hier. Na gut, wir nehmen eine von diesen Drohnen hier. Die hat keinen Saft. Und war es bar! Die lädt sich jetzt auf und die soll das hier hinten fixen. Dafür brauchst du ja halt Metall, aber da liegt zum Glück welches. Ziel abgeschlossen. Moment mal, was? Belohnung? Achso, was? Produziere 50 Nahrung. Ah! Wir haben 2 Milliarden Dollar. Ich weiß das ja nicht. Dann haben wir jetzt Geld ohne Ende. Gut. Hier müssen wir gleich gucken, dass die Drohne da ankommt. Da kommt sie gerade, da hinten ganz klein. Der Kollege wartet auf irgendwas. Mit dem haben wir irgendwie Metalle geholt. So, jetzt müsste... Der ist jetzt da. Baut Metall ab. Stoppa, stoppa. Wolltest du hin? Geht zur Universallager. Nein, bist du verrückt? Reparieren sie. Gut. Genau, der funktioniert wieder wunderbar. Aber der kann sich nicht bewegen hier. Ist das richtig? Der kann sich einfach nicht bewegen, weil er komplett verstaubt ist. Das heißt, da muss eine andere Drohne herkommen und den entstauben. Ich glaube, das ist, was ja den hier machen, den kleinen fleißigen Kerl hier. Stopp. Geh zu Drohne 15. Geh du mal hier her. Okay, dann haben wir jetzt hier zugewiesen. Das heißt, der wird sich hoffentlich um alles kümmern, was hier anfällt. Moment mal. Wenn hier ein Leck ist und hier ist offen... Scheiße, was ist los? Ach, der hat keinen Saft mehr. Achso, wir können ja euch wieder aufmachen hier. Was soll ich alles denken, was hier? Oh, Leck entdeckt. Wieso verlieren wir denn so... Achso. Aber hä? Das kann nicht sein, das ist unterbrochen hier. Der verliert halt auch. Aber wir müssen eigentlich abreißen. Wir brauchen diese Ecke gar nicht. So, jetzt hat sich das erledigt. Oh nein. Da kommt die kleine Drohne an. Hat doch ganz gut Saft. Geh zu Universallager. Ja, komm. Geh zu Kabelfehler. Nein, nein. Reparier erst für die anderen Drohnen, damit die sich gegenseitig reparieren können. Jetzt geht's los. Geh zu Kabelfehler. Nein, geh zu der anderen Drohne. Na gut, jetzt machen die das schon. Ja, die sind alle kaputt hier. Wegen des verdammten Staubteufels. Das kostet mich wieder zwei Maschinentern oder sowas. Eins nur. Okay. Diese Ecke ist halt echt Mist. Sobald es irgendwie geht, reißen wir die ab, weil das ist ja so unnütz. Im Moment kostet das halt leider zu viel. So, der ist wieder voll. Die haben alles abgebaut. Wunderbar. Dann lasst wir den hier oben noch alles abbauen. Ich stelle mir da mal nur ein Lager hin. Gut, jetzt sollte ich das machen. Was, 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 was? Wir haben... Oh, wir haben zu wenig Wasser, weil... Aus Gründen von... Wir haben... Wahrscheinlich ist dieses Wasserding da... Ja. Das muss er reparieren wieder. Ja, das muss eigentlich der Commander machen. Commander, herkommen. Du bist gefragt. Der Kollege ist voll. Mein Gott. Gut, und die Rakete kommt gleich an auf der Erde. Das heißt, wir können wieder neue Sachen kaufen. Im Moment sieht eh alles gut aus, aber... Oh, 22 Menschen. Es wird höchste Zeit wieder, Kuppel. Liebe Leute, höchste Zeit. Bauen wir lieber da hin. Ja, das sieht gut aus. Nicht zu dicht aneinander, weil sonst wird alles zu knapp. Mit dem Durchgang und so weiter. Aber hier ist, glaube ich, gut. Das Lager können wir eigentlich auch wegmachen. Wir bauen noch ein neues. Das war das Treibstofflager für die Rakete. Boah, das war ein Stück weiter weg. Falls es explodiert. Gut, was sagt das Essen? Es bleibt irgendwie bei 31. Es wird sich natürlich wieder verringern, sobald wir zu viele Leute haben. Oh mein Gott. Na gut, wir haben alle Materialien da. Also das sieht schon ganz gut aus. Da sind wir dann auch drei Leute eingesetzt. So, ist das nicht schön. Ja, liebe Leute, wegen der Rakete, die jetzt auf der Erde ist, da weiß ich noch nicht so richtig, was wir uns holen sollen. Was wohl auch als nächstes wirklich eng werden wird. Aber sie einfach dort zu lassen, ist halt auch nichts irgendwie. Du stehst wieder nur rum, du unmögliches Ding. Wir holen uns mal ein bisschen Metall. Dann holen wir noch ein bisschen Maschinenteile. Gut. Oh, 62 Polymere liegen am Boden rum. Ich glaube es ja nicht. Das ist ja der Oberhammer. Gut, dann checken wir das mal da rüber. Laden alles aus. Alles. Gut, wo wurde das gefunden hier? Hier! Keine Lebenserhaltung. Achso, das ist die neue Kuppel. Ja, hier liegt jede Menge Polymerkram rum am Boden. Das ist ja der Hammer. Das ist ja echt... Boah, das ist ja der Hammer. Alter, ist das der Hammer. Begeisternd. Gut, wo ist die neue Kuppel? Da ist sie. Da ist sie. Da könntest du deinen Durchgang hinbauen. Wie geht das? Achso, und der Kuppel. Da ist er. Gehe nicht gelassen in die gute Nacht. Oh je, das klingt nach einem Toten. So, wunderbar. Unser Durchgang. Die Kuppel wird danach natürlich auch eine Lebenserhaltung bekommen haben. Unser erster Gründer ist gestorben. Clayton Lee. Ruhe in Frieden. Das wartet aber nichts. Wir haben ja eine ganz gute Altersstruktur hier. Drei Kinder, drei Jugendliche, sieben Erwachsene, sieben im mittleren Alter und nur ein Senior. Also, das sieht sehr gut aus. Wunderbar. Okay, Mensch, liebe Leute. Das lässt sich doch hoffen. Ich glaube fast, wir können langsam diese Folge beenden, weil ich glaube, ab hier können wir es so langsam weiterschaffen. Im Stream. Oh, da kommt ein Meteorit. Vorsicht, nicht dahinlaufen, bist du verrückt? Geht alle mal weg. Weih, weih, wir konnten sterben sonst. Gut. Na, das sieht doch super aus. Wunderbar. Ich bin begeistert. Ausgezeichnet, Mensch. So, Durchgang wird gebaut und dann müsst ihr da eben für neue Wohngebäude sorgen. Für alles. Ach, machen wir da mal eine Weltraubenbar hin, damit die Leute alle zufrieden sind. Vielleicht kann ich gar nicht, wo ich anfangen soll hier. Schule ist ganz wichtig, damit unsere Leute nicht ganz so blöd bleiben. Ja, das ist wichtig. Okay, was noch? Kindertagesstätte für Wohnraum für Kinder extra. Auch nicht schlecht. Aber wir gucken erst mal. Casino, das sind die Sachen, die wir wirklich brauchen jetzt hier. Die fehlen halt in der Kuppel hier noch. Und Weltraumbau. Ja. Ja, wunderbar. Das wird uns einiges kosten an Materialien. Und sobald wir das gemacht haben, werden wir sehen, was wir am ehesten brauchen. Und der Kord ist von der Erde holen. Ist gut, oder? Ich würde sagen, das sieht gut aus. Vielleicht jetzt so ein paar Läden irgendwie. Ich überlege jetzt, ob wir an neuen Apartments eher so ein großes nehmen wollen. Wo ist denn das? Haben wir noch? Ach doch, da. Apartments. Bieten Wohnraum für Kolonisten. Enge Quartier gewähren weniger Komfort. Ja. Das ist so. Ich weiß noch nicht. Wir sind jetzt bei 22. Die wird dann, glaube ich, auch ruckzuck voll sein. Wenn wir wieder so eine kleine Wohnanlage machen. Oh mein Gott, all die Leute. Wir müssen die ernähren. Oh. Minus drei. Oh, hier ist immer noch zu. Ich bin ein Tröttel. Hilft aber nix. Hier ist aber minus drei. Ach so. Geh mal weg. Mach das mal aus. Jetzt haben wir dieses Ding da. Das Ding ist... Oh. Äh. Oh. Okay. Das ist... Das muss repariert werden. Ja, Leute. Es geht uns richtig gut. 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 Der ist unterwegs. Wir haben neue Anomalien. Das ist auch sehr gut. Oh. Oh. Ich glaube, das ist ein Durchbruch. Oder halt irgendeine... Was ist das? Neue Technologien. Oh, sehr geil. Das ist... Da habe ich drauf gewartet. Das ist wunderbar. Da oben auch noch eine. Wunderbar. Ach Gott. Das geht uns so gut. Da oben ist noch ein Tunnel-Eingang. Oder? Das sieht so aus. Oh. Das geht uns so gut. Ich bin so glücklich gerade. So. Wo ist jetzt die Drohne, die ich da gerade losgeschickt habe? Ich habe irgendwie eine Drohne losgeschickt. Ah ja. Die wird gleich liegen bleiben, aber hat keinen Akku mehr. Ich bin ein Trottel. Da brauchen wir ein Pannenfahrzeug. Oh nein. Da liegt sie. Mist. Da muss er drauf achten. Die ist auch fast leer. Was ist los mit euch kleinen Trotteln? Der muss mir Starthilfe geben. Das geht natürlich. Das würde alles so viel einfacher gehen, wenn wir hier überall genügend Zeugs rumliegen hätten. Sobald wir unsere Shuttles haben, unsere Fluchshuttles, kann man das dann so einstellen. Dann müssen wir das nicht für alles selber machen. Hey, das ist wichtig. Ich mache das sofort. Aufladen kannst du später. So, was fehlt hier? Geräte. Fünf Stück. Elektronische Werbung. Das ist auch vier Stück. Also die müssen wir auf jeden Fall gleich mal kaufen. Neue Technologie. Neue Technologie. Ach. Zwei Stück. Enttäuschend. Mittlere Kuppeln. Nein, brauchen wir nicht. Was ist das? Asteroidenländer. Nein, brauchen wir nicht. Ach so, Mist. Ich hatte mich so gefreut. Ach. Mist. Aha. Gut. Düsen-Triebwerke. Also der Effekt ist auf jeden Fall verringert. Die Kosten von Robotertechnologien um 10%. Sehr schön. Wir haben noch eine weitere Anomalie. Erkunde. Erkunden sie. Ach so, wir können ja jetzt auch Filzfarben bauen. Ich will mal kurz gucken, was das so bringen würde. Was sieht man das hier? Kostet drei elektronische Geräte. Produziert standardmäßig sechs Lebensmittel. Und ich finde das irgendwie so ein schlechtes Verhältnis. Sechs Arbeiter und sechs Lebensmittel. Ich weiß nicht. Oh. 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 Das Drohnen-Ding ist ausgefallen. Es hat eine Fehlfunktion. Wir müssen es reparieren mit einem elektronischen Gerät. Wir haben aber nicht mehr so viele. Vier Stück haben wir noch irgendwo rumliegen. Oh. Wir müssen uns hier bedienen können eigentlich. Wir holen unsere Drohne. Die funktionieren alle noch. Also wenn so ein Drohnen ausfällt, das kann immer ganz schön blöd werden. Aber die Drohnen funktionieren noch. Wir schicken die mal da rein. Geht das? Ach so, die bewegt sich ja nicht. Komm mal da rein. Okay? Wir können leider nicht sagen, dass er da was wegnehmen soll. So ein Mist! Na gut, dann schicken wir halt von da drüben ein. Da liegen ja noch elektronische Geräte rum. Solange das hier alles funktioniert, ist ja alles gut. Nichts zu tun, ja? Gut. Das soll der jetzt reparieren. Wunderbar. Also wenn die Drohnen alle nicht mehr funktionieren, ist das natürlich scheiße. Super scheiße. 23 Menschen sind wir. Ich habe doch keine Entscheidung getroffen, ob wir ein Gebäude wieder hinbauen wollen. Sehr geil. Sehr geil, wie das alles funktioniert. Aha! Okay. Das hatten wir, glaube ich, vorhin schon mal. Effekt verringert die Kosten von Physiktechnologien um 10 Prozent. Wunderbar. Auch sehr geil. Forschung abgeschlossen. Erde-Mars-Initiative. Das heißt, wir haben jetzt mehr Forschung. Das ist schön. Wissenschaftler und Botaniker erhalten plus 10 Leistungen, wenn sie in ihrem Spezialgebiet tätig sind. Das ist zwar schön, aber wir haben keine Spezialisierung. Und... Ah! Mist! Wir brauchen langsam bessere... Äh... Mehr Technologien, die wir hier forschen können sollen. Ärger! Das hilft uns alles nicht. Ja. Hier machen wir weiter. Das ist ein Elend. Okay, also. Wir brauchen nicht mehr länger warten. Wir holen uns jetzt hier Fracht. Und zwar jede Menge elektronische Geräte. Essen haben wir bloß noch 29. Das wird also langsam wieder knapp. Oh, fuck. Wir haben genügend Geld und genügend Frachtrauben. Das ist da aber. Ich bin so begeistert. Polymere brauchen wir nicht so viel kaufen. Da haben wir noch jede Menge auf dem Mars rumliegen. Wirst du, das war es schon. So, das sieht gut aus, oder? Liebe Leute. Perfekt genutzt. Alles leer. Frachtrauben komplett voll. Ja, ich würde sagen, das reicht dann erstmal. Starten. Sehr gut. Da kommt die kleine wichtige Drohne, die dafür zuständig ist, alles hier wieder in Gang zu bringen. Problem ist halt, für diejenigen, die es nicht kennen, sobald der Drohnen-Habt nicht mehr funktioniert, kann er die Drohnen nicht mehr steuern. Das heißt, keine Drohne macht mir irgendwas. Die stehen einfach nur in der Gegend rum, außer ich setze sie manuell ein. Das heißt, die werden nichts mehr hin und her transportieren. Auch die Menschen werden sie nicht versorgen. Nichts mehr reparieren. Und jetzt geht's wieder. Gut. Gut, liebe Leute. Ich würde fast sagen, die Lage ist soweit halbwegs stabil. Da sind sogar Kinder drin. Oh, das ist geil. Die kriegen dann hier so extra Eigenschaften Überlebenskünstler, Gelassen oder Nerd. Ja. Ich glaube zufällig irgendwie oder so. Oh! Uncool! Das ist äußerst uncool. Ja, die ganze Sache kippt schon wieder so ein bisschen. Wir brauchen, glaube ich, wieder mehr von diesen blöden Hydro-Kultur-Farmen. Ja, was war das? Ja, wissen wir schon. Ich denke, vielleicht bauen wir hier mal Apartments hin. Da ist der Komfort dann zwar nicht so hoch, aber wir können damit so ein bisschen steuern, wie stabil unsere Gesellschaft ist. Ich würde sagen, in dieser Kuppel werden nicht viele Kinder geboren, weil der Komfort so niedrig ist. Vielleicht bauen wir nicht mal eine medizinische Klinik ein. Das heißt, die Kindergeburt, das findet alles hier statt. Und hier sind eben die Leute, die arbeiten irgendwie. Irgendwie so. Ja, ich glaube, wir machen das mal so. Apartments. Ja. Jetzt haben wir hier noch Platz, um da irgendwelche Kleinigkeiten hinzustellen. So ein Futterturm halt. Krauthaus. Muss wohl leider sein. Was noch? Irgendwie so Läden oder sowas. Sozial, Entspannung, Luxus. Freizeitpark, schwerelos. Uh, nicht schlecht. Ein Deiner wäre vielleicht nicht schlecht. Also irgendwas, wo sie sich was zu essen kaufen können. Machen wir mal ein Lebensmittelgeschäft. Wir könnten auch hier die Schichten öffnen eigentlich. Sobald wir genug Leute haben, können wir hier die Schichten öffnen. Im Moment sind die hier gestoppt. Und das bedeutet natürlich, dass nur zu bestimmten Zeiten am Tag einer da ist, der alle Leute bedient, die das Gebäude nutzen wollen. Das ist natürlich auch nicht so ideal. Aha. Ja. Da müssen wir dann dran denken, dass wir dann, sobald wir mehr Leute haben, sobald jemand arbeitslos wird, dass wir nach und nach die Jobs alle öffnen. Ach Gott, das Ding ist schon voll. Ich glaub's ja nicht. Nein! Blätter nutzpflanzen. Machen wir das mal aus. Was machen die da? Ja, also ich sehe, insgesamt zeigt das Ding mit den Lebensmitteln immer noch nach unten. Da steht jetzt zwar gerade, dass wir mehr herstellen, als wir brauchen, aber das trügt immer. So, neue Anomalien ausgezeichnet. Wow. Neue Technologien. Das müssen wir uns eben noch angucken, liebe Leute. Das gucken wir noch eben. Und dann würde ich sagen, für heute ist gut. Wir können dann weiterspielen und streamen. Wo ist denn der Kunde jetzt? Fährt los. Da liegt auch noch jede Menge Polymer rum hier, oder? Ja. Da sollten wir eigentlich alles noch einsammeln. Genau. Wo haben wir denn unseren kleinen Commander hier? Ach, der ist da beschäftigt. Nein! Du kommst jetzt hier hin. Polymer einsammeln. Da wollen wir unser Lager hin. Ah! Hygroskopische Vaporatorien. Gut. Wieso hat er das gerade noch nicht hingesetzt? Blockierende. Achso. Ah! Da sprudelt manchmal, glaube ich, so Staub raus, irgendwie. Okay. Jetzt sollten wir vielleicht unseren Commander nicht dahin fahren, sondern vielleicht hier hin. Gut. Äh, keine aktive Forschung. Ah! Die Farm ist da! Oh, das ist so wichtig. Endlich! Endlich, endlich. Das ist gut. Dann muss er alles umdenken hier, glaube ich. Stopp mal, stopp mal, stopp mal. Wieder kuppeln. Er würde hier vielleicht befarmen kommen, oder? Oder... Ich überlege gerade. Wir machen diese... Das Ding hier weg. Ja, wir fangen an, umzubauen. Wir machen diesen Bereich frei. Ich habe hier, glaube ich, nicht so wahnsinnig gut gebaut, alles. Wir machen diesen Bereich frei. Dann würde hier unsere Farm hinkommen. Oder warum? Wir können es auch hier hin machen. Das Problem ist halt, ich würde mir eigentlich hier gerne ein bisschen was frei halten. Einen Durchgang, damit wir hier so einen Durchgang machen können. Der ist... Der braucht ein Feld hier drin. Und sobald wir hier ein großes Gebäude reinstellen, so wie das hier ist kein Platz mehr übrig für so einen Durchgang. Deswegen wollte ich hier eigentlich kleine Gebäude reinstellen, damit wir hier ein bisschen Platz haben, damit wir hier noch eine Kuppel hinstellen können. Sonst habe ich es mir zugebaut, sodass wir bloß auch hier eine Kuppel bauen können. Deswegen will ich hier eigentlich keine großen Gebäude hinmachen. Und deswegen denke ich... Na, hier ist jetzt halt Platz für den Durchgang. Aber der ist hier denkbar schlecht gelegen. Also wir werden das abreißen. Das auch abreißen. Machen wir einen Kinderspielplatz. Keine Ahnung, das ist unsere Kinderkuppel hier. Das auch abreißen. Da haben wir aber dann den Kinderspielplatz von hier dahin. Das Legatkuppel ist nur so abreißend, machen wir wahrscheinlich hier hin irgendwie. Und da kommt hier die Farm hin. Ja, ich würde sagen, das sieht gut aus. Wasser ist jetzt knapp. Aber wir haben jetzt dieses Upgrade bekommen. Kostet zwei Polymere. Das machen wir natürlich. 50% mehr ist immer gut. Verdammt, der Staubteufel da. Du hast mir nichts zu tun, mein Freund. Unfassbar. Die lassen wir gleich für die ganzen Polymere da abholen. Metalllager können wir auch gleich daneben machen. Gut. Liebe Leute, ich denke, wir schaffen das weiter. Anomalie analysiert. Aha. Doch initialmente fruchtlos. Wir haben das Operatingspektrum für unsere Scans und... Voilà. Voilà. Die eigenartige chemische Zusammensetzung des Reguliers in der Nähe des Anomalie-Standorts hat unsere Datensammlung effektiv verhindert. Nachdem wir unsere Scantechnologie aufgrund unserer neuen Entdeckung umfunktioniert und verbessert haben, wurden wir mit einer unerwarteten Überraschung belohnt. Gedeckt ein großes Wasservorkommen auf. Ja, das ist ja schön. Jetzt kommt das ganze Zeug. Was wir gut gebrauchen können. Sehr schön. Funktionelle Nutzpflanzen. Oh, ganz wichtig. Das ist ganz wichtig. Und hier haben wir jetzt ein paar tolle Sachen. Gebäude innerhalb der Kuppel müssen nicht mehr so oft gewartet werden. Oh, sehr gut. Sterling Generator. Aha. Autobahn ist jetzt lagerlangweilig. Aber das hier, dass wir die beiden jetzt haben, das ist sehr gut. Was ist das? Stützstrebe. Reduziere das Risiko von Einstützen. Ups. In Tunneln oder was? Aha. Was haben wir da? Systematische Ausbildung. Aha. Aha. Ingenieure und Geologen erhalten bloß 10 Leistungen. Aha. Ja, liebe Leute. Jetzt sind wir am Punkt. Das sieht gut aus. Deswegen denke ich, hören wir an dieser Stelle jetzt auf. Ich werde mir aufschreiben, was wir hier machen wollten. Und ich denke, wir werden überleben. Wir haben den Mars survived. Für den Moment, solange keine fiese Katastrophe überkommt, werden wir das schaffen. Und liebe Leute, wer bis hierhin geschaut hat, ich bedanke mich ganz herzlich dafür. Das war wirklich kein Video, das wir wirklich hätte angucken müssen. Aber für diejenigen, die es vielleicht interessiert, wie wir das hier geschafft haben. Genau. Also, dann macht's gut. Bis zunächst mal vielleicht im Stream. Ich werde es weiter streamen und nicht als Display auf YouTube weiterspielen. Also, wisst ihr Bescheid. Macht's gut. Bis dann. Eure Lucida. Tschüss. 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 Tschüss.